Sie hören Ben Christ Thomason, Sylter Lügen, gelesen von Chris Nonnast, erschienen bei Aufbau Audio im Aufbau Verlag. Mit der rechten Hand rückte sie ihre weiße Dauerwelle zurecht, mit der linken drückte sie die Klinke der Ladentür hinunter. Ein gefälliges Läuten ertönte, das allerdings im Stimmengewirr aus dem Verkaufsraum beinahe unterging. Trotzdem bemerkte man sie sofort. Kerstin Fromme drängte sich zwischen den zahlreichen Besuchern hindurch und kam mit ausgebreiteten Armen auf sie zu. Frau Klaassen, wie schön, dass Sie es geschafft haben! Sie schüttelte Witter die Hand und winkte einen Mann heran, der ein Tablett mit Sektgläsern bereithielt. Einen Prosecco? Ja, gern. Witter nahm sich ein Glas. Der Mann lächelte sie an. Er war jung, Anfang oder Mitte dreißig vielleicht, trug enge schwarze Jeans und ein ebenfalls eng anliegendes schwarzes Hemd. Seine blonden Haare hingen ihm ins Gesicht. Das ist Sören, stellte Kerstin Fromme ihn vor. Er wird sie später ein wenig herumführen. Sie warf einen Blick auf ihre goldene Uhr an ihrem Handgelenk. Für mich wird es jetzt Zeit. Sie legte Witter kurz die Hand auf den Arm. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Danke. Witter nippte an ihrem Glas und sah zu, wie sich Kerstin Fromme zwischen den Gästen hindurch bewegte und hinter ein kleines Pult trat, auf dem einige Zettel und eine Lesebrille bereit lagen. Sie hatte eine Weile mit sich gerungen, ob sie die Einladung annehmen sollte. In den letzten Jahren tat sie selten etwas ohne ihre Häkelfreundinnen, abgesehen von den Treffen im Rotari-Club, in dem ihr verstorbener Mann Mitglied gewesen war. Von dort kannte sie auch Kerstin Fromme. Doch als sie sich jetzt umschaute, war sie froh. Es tat gut, sich wieder einmal unter kultivierten und gut gekleideten Menschen zu bewegen. Sie selbst trug ihr bestes Kleid, lang und aus einem weich fallenden grüngrauen Seidenstoff gefertigt, dazu die flaschengrünen Pumps und die kostbare Perlenkette, die ihr Wilhelm zur goldenen Hochzeit geschenkt hatte. Außerdem war sie am Morgen bei ihrer Friseurin gewesen und hatte ihre Dauerwelle neu legen lassen. Der Mann, der den Prosecco verteilt hatte, kam wieder auf sie zu, diesmal ohne das Tablett. Möchten Sie sich vielleicht setzen? fragte er höflich und deutete auf die beiden Stuhlreihen, die direkt vor dem Rednerpult aufgebaut worden waren. Kerstin hat einiges zu sagen und anschließend werden sie noch lange genug herumstehen, wenn sie sich alles ansehen wollen. Witter wollte protestieren, dass sie zwar alt, aber keinesfalls gebrechlich war, doch dann überlegte sie es sich anders. Die wenigen Sitzplätze waren sicher für die Honoratioren vorgesehen und wenn man sie dort unterbrachte, war das eine Ehre. Gern, erwiderte sie deshalb und ließ sich von Sören, der galant eine Hand an ihren Ellbogen legte, nach vorne führen. Eine richtige Entscheidung, wie sie gleich darauf feststellte, denn der Bürgermeister und der Leiter der Stadtverwaltung, die sie beide aus dem Rotary-Club kannte, setzten sich neben sie. Sie plauderte ein wenig mit ihnen, bis Kerstin Fromme auf ihr Pult klopfte und um Ruhe bat. Witter wandte ihr den Kopf zu und wartete gespannt. Von einer Sensation hatte Kerstin Fromme gesprochen, als sie Witter zu der Veranstaltung eingeladen hatte, ihr aber nicht verraten, worum es sich handelte. Die große, schlanke Frau mit dem schmalen Gesicht und den hohen Wangenknochen setzte die Brille auf, legte ihre Hände auf die Ecken des Rednerpuls und sah sich im Raum um. Die langen, braunen Haare hatte sie zu einer kunstvollen Frisur aufgetürmt, die von einem goldenen Band zusammengehalten wurde. Es geschieht nicht oft in unserer Branche, dass man eine großartige Entdeckung macht, begann sie, nachdem sie alle Anwesenden begrüßt und die Ehrengäste namentlich vorgestellt hatte. Insgesamt, schätzte Witter, die sich ein paar Mal umgesehen hatte, mochten es an die siebzig, achtzig Personen sein, die sich im Raum drängten. Dieses Mal allerdings, fuhr Kerstin Fromme fort, hat mein Mann Kai auf seiner Russlandreise Schätze entdeckt, von denen wir nicht einmal zu träumen gewagt hätten. Sie winkte einen Mann heran, der wie der blonde Angestellte schwarz gekleidet war und eine enge Jeans und einen dünnen Rollkragenpullover trug. Während das Publikum höflich applaudierte, betrachtete Witter ihn genauer. Er war groß, schlank und sehr attraktiv. Die schwarzen Haare waren modisch geschnitten, hinten kurz, oben länger und aus der Stirn zurückgekämmt.